In diesem Video zeigen wir, wie eine LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur aufgebaut wird. Wir nutzen dafür den LED-Controller LK55 und einen CCT-LED-Streifen. Der LED-Controller ist bereits mit dem Netzteil verbunden. Für die Steuerung kommt die Handfernbedienung LK55FB2 mit Farbtemperaturregelung zum Einsatz. Als Werkzeug wird lediglich ein Schraubendreher benötigt. Der CCT- oder auch Bicolor-LED-Streifen hat gleichermaßen warmweiße und kaltweiße LEDs verbaut. Indem wir diese gezielt ansteuern, lassen sich Farbtemperatur und Helligkeit der Beleuchtung regeln. Zuerst müssen wir den CCT-LED-Streifen am Controller anschließen. Die Ausgänge des Controllers sind entsprechend mit WW für Warmweiß und CW für Kaltweiß beschriftet. Am LED-Streifen suchen wir die entsprechenden Anschlusskabel und führen diese dann in die passenden Schraubklemmen am Controller ein. Ordentlich festschrauben und am Ende noch einmal alles auf festen Sitz prüfen. Beim ersten Einschalten sollten alle LEDs leuchten. Nun wollen wir die Fernbedienung anlernen. Prüfen Sie zuerst, ob die Batterien korrekt eingelegt sind und eine eventuelle Schutzfolie entfernt ist. Zum Anlernen der Fernbedienung besitzt der Controller eine kleine Learning-Taste. Drücken Sie diese kurz und danach irgendeine Taste auf der Fernbedienung. Die LEDs sollten kurz aufblinken. Nun ist die Fernbedienung auf den Controller angelernt und Sie können mit dieser Farbtemperatur und Helligkeit regeln. In gleicher Weise können Sie auch eine Funkwandsteuerung für einstellbare Farbtemperatur anlernen. Beide Fernsteuerungen arbeiten parallel und erlauben das Regeln der LEDs. In weiteren Videos zeigen wir, wie eine LED-Installation mit Effektfarben aufgebaut werden kann. Beide Fernsteuerungen auf die Fernbedienung.